Ich frag mich, was so alles in Hotelzimmer liegen bleibt. Wir haben uns für euch im Kunstsachenlager umgeschaut und das sind die Top 5 der meistvergessenen Sachen hier im Hotel. Manchmal werden auch Irrschen gewünschte Dinge vergessen. Da hat tatsächlich jemand sein Katzenfutter und seine Katzenbox vergessen. Aber wo ist denn dann die Katze? Ich glaube, auf die Sachen brauche ich gar nicht erst eingehen. Mein Highlight von heute war das. Ich wollte schon immer mal wissen, wie ich blond aussehe, aber... Da hat wohl jemand Durst gehabt. So, das war's von uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.